Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Liebe Schwestern und Brüder, als die zehn Aussätzigen bemerkt hatten, dass sie geheilt waren, kannte ihre Freude keine Grenzen. Einer lief sofort zu seinen Freunden und konnte nicht aufhören, seine Heilung zu feiern. Der zweite, ein Familienvater, konnte es nicht erwarten, seine Frau und seine Kinder in die Arme zu schließen. Der dritte, ein Kaufmann, nahm sofort seine Geschäfte wieder auf, die inzwischen im Argen lagen. Alle drei wollten Jesus danken, doch sie verschoben es auf morgen, immer wieder auf morgen. Der vierte war zu schüchtern, um allein zu Jesus zu gehen und niemand ging mit ihm. Der fünfte konnte kein angemessenes Geschenk finden, um Gebühren zu danken. Der sechste fand sein Haus inzwischen von anderen bewohnt und stritt um sein Recht. Der siebente wollte an seine Krankheit und seine dunkelsten Stunden einfach nicht mehr erinnert werden. Alle dachten sich, auf einen einzigen wird es doch nicht ankommen. Der achte musste erfahren, dass sein Mädchen inzwischen einen anderen Freund hatte. Er zürnte Jesus, dass er ihn dabei im Stich gelassen hatte. Der neunte befürchtete, Jesus könnte von ihm verlangen, ihm nachzufolgen. Nur der zehnte ging spontan zu Jesus zurück. Bei Lukas heißt es, er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Einer von zehn schaut sich dankbar um. Er allein geht den Weg nochmal zurück. Er weiß, sein neues Leben ist ein Geschenk. Traurig schaut sich der Herr um. Sind nicht alle beschenkt worden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017